Was geht ab Leute, Netro Gamer ist wieder am Start, die neue Season 3 ist endlich da und mit der neuen Season 3 sind natürlich auch wieder neue Herausforderungen ins Spiel gekommen und in diesem Video werde ich euch zeigen, wo sich die drei Zwerge bei den heimeligen Hügeln befinden, das ist hier oben auf der Karte ganz im Norden. Lasst auf jeden Fall sehr sehr gerne ein Like da und ja Leute, schreibt es doch in die Kommentare, wenn euch das gefällt, dass ich euch die ganzen Challenges und so weiter zeige, ich werde euch natürlich alle weiteren im Verlauf der Season zeigen, so Leute, hier oben, zack, ist direkt schon der erste, hier markiert, da oben ist jetzt ein Gegner, ich hoffe der muckt jetzt nicht auf. Kollege, ganz ruhig, ich möchte nur die Herausforderung machen. Oh. Hoffentlich lässt er mich in Ruhe, Freunde. Ah, das sieht gut aus. So, da haben wir auf jeden Fall schon einen gefunden, hier oben, bei diesem Haus, gibt es auch noch einen, kann man sich einfach... Oh, gut, da haben wir einen, nicht so Ehrenmann. So, Freunde, hier oben ist der zweite Zwerg. Oh. Und da unten, bei diesem roten Haus, ist noch eins. Ah, Mann, Mist, Leute. Auf jeden Fall, da vorne seht ihr auch beim Baum war noch ein Zwerg. Äh, und dann hat man drei Zwerge eingesammelt. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Auf jeden Fall hier oben bei der Karte, hier im Haus, hier oben im Dachboden und hier unten, beziehungsweise hier am Baum, sind auch noch mal Zwerge. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like, da lasst ein A oder Credercode, Megameister13. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.